Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Lauf-Lernhilfe aus dem Hause Kiddes. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Lauf-Lernwagen für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zur Lauf-Lernhilfe werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, Lauf-Lernhilfe, wozu ist das gedacht? Naja, damit dein kleiner Nachwuchs das Laufen lernen kann. Und deswegen gibt es eben diese Art Vorrichtung, sage ich mal hier. Und ja, so eine Babywippe mit Rollen kann natürlich so oder so recht praktisch sein. Vor allem preislich würde ich diese Lauf-Lernhilfe in etwa ins günstige Mittelfeld einordnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich der passende Lauf-Lernwagen ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Lauf-Lernhilfen auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Multifunktional, egal ob als Kindersitz, Gehlernhilfe, Spiel- und Lernumgebung als Esstisch oder Schaukelstuhl. Das ist wirklich sehr, sehr multifunktional, vor allem wenn wir den Preis im Hinterkopf behalten. Ja, kann sich das durchaus sehen lassen. Was haben wir hier noch? Auf die Sicherheit wird hier auch geachtet. Das ist, denke ich mal, der absolut wichtigste Aspekt. Dieser sollte keineswegs vernachlässigt werden. Variabel und komfortabel. Dreifach höhenverstellbarer Sitz. Das ist auch angenehm. Kann bis zu einem Gewicht von 12 kg genutzt werden. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Hochgepolsterte Rückenlehne. Unterhaltung und Entspannung. Klappbar und Mobil. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch noch mal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Insgesamt betrachtet ein Lauf-Lernwagen auch vor allem mit Blick auf die Ausstattung, der sich preislich durchaus sehen lassen kann. Ob du jetzt sagst, das ist für deinen kleinen Käfer der richtige Lauf-Lernwagen oder nicht, das kannst du allein natürlich am besten entscheiden. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Lauf-Lernhilfe aus dem Hause Kiddes beziehen. Dieses macht auf mich einen fairen Eindruck. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zur Lauf-Lernhilfe aus dem Hause Kiddes. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Alles Gute und ciao.